NAMASKAR RAMSAT GURU Du inspirierst uns. Aber was inspiriert dich? Nichts inspiriert mich. Wenn ich sage, nichts inspiriert mich, uninspiriert bin ich an 20 Stunden am Tag. Wenn ich entzündet bin, werde ich erlöschen. Es ist besser, ich bin nicht inspiriert. Ich bin von allem gelangweilt, aber ich mache alles mit absolutem Einsatz und Intensität. Niemand hat mich jemals gesehen, wie ich irgendetwas schlampig mache, aber ich bin durch und durch gelangweilt, weil es so albern und dumm ist. Es gibt andere Dinge, die ich tun könnte, für die nur sehr wenige Menschen bereit sind. Nicht viele Menschen sind vorbereitet auf diese Stufe der Wahrnehmung. Langsam steigern wir diese Zahl, sie ist da. Aber der Rest der Aktivität ist eine abgespeckte Version meines Lebens. 90% meines Lebens sind nur stumpfsinnige Aktivitäten. Die Menschen finden das toll, das ist ihr Problem. In meiner Erfahrung ist es einfach nur stumpfsinniges Zeug. Wenn wir die eigentliche Sache machen, dann ist das Publikum zu klein. Um also den Rest des Publikums auf die eigentliche Sache vorzubereiten, erfordert die Vorbereitung jahrzehntelange Arbeit. Ich habe es also noch vor mir, etwas wirklich Inspirierendes zu tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.